Auch wenn er den Stift niemals auf das Papier gesetzt hätte, er hätte es begangen, würde es begangen haben. Das zentrale Verbrechen, das alle anderen beinhaltete. Das Denkverbrechen. Feeling broke! We feel it broke! Das ist, das ist künstlich, das ist alles falsch! Wenn ich wirklich genauer darüber anfange nachzudenken, dann werde ich verrollen! Nein, bekommst du nicht! Geschichte hat aufgehört! Es existiert nichts mehr außer einer endlosen Gegenwart, in der Sie immer recht haben! Was soll's? Bin's ehrlich, das ist doch langweilig! Nein, 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 nein! Wir müssen etwas tun und sei es nur für die nächste Generation! Die nächste Generation interessiert mich nicht, ich bin an uns interessiert! We feel it broke! Und wir wollen dazu gehören und für Sie arbeiten. Wir sind Feinde der Partei, wir glauben nicht an Sie, wir sind Denkverbrecher. Und wir sind Ihnen ausgeliefert, wenn Sie uns anklagen wollen, gut, wir sind bereit. Sind Sie bereit, Morde zu begeben? Ja. We feel it broke! ARD Text im Auftrag von Funk